Sie stehen am Ende eines Lebens, das ihnen viel Schreckliches brachte. Und sie warten immer noch auf ihre Rente. Juden, die in Ghettos schufteten und das Glück hatten zu überleben. 2002 bestätigte ein Gesetz zwar ihre Ansprüche, aber die Bürokraten der Rentenkasse mauerten, gleichgültig und geschichtsvergessen. Jetzt will die Bundesregierung endlich eine großzügigere Regelung beschließen. Der Kreis, der das noch erleben kann, ist beschämend klein geworden. Und trotzdem werden hochbetagte Ghetto-Arbeiter wieder höchst bürokratisch ausgeschlossen. Andreas Halbach und Ulrich Stoll drängt sich die bittere Frage auf, soll sich die Sache von selbst erledigen? Thomas Schmierczynski hat den Holocaust überlebt. 54 Mitglieder seiner Familie, die damals Kupfermann hieß, wurden von den Nazis ermordet. Thomas Schmierczynski musste als Kind im Ghetto Schwerstarbeit leisten, dafür bekam er etwas zu essen. Für diese Arbeit haben wir einen Zusatz von ca. 300 Gramm Leimiges Brot bzw. eine Rübensuppe während des Tages bekommen. Also ich habe gearbeitet mit 13, 13,5 bei einer Steingrube. Wir haben zum Beispiel Kohlen geladen. Wir haben Putzarbeiten auf den Straßen unternommen. Arbeit im Ghetto, elf bis zwölf Stunden täglich. Die Nazis beuteten die Arbeitskraft der Juden aus, bis zur Deportation in die Vernichtungslager. 1997 stellte ein deutsches Gericht fest, Überlebenden Ghettoarbeitern steht eine Rente aus Deutschland zu. 88.000 Ghettoarbeiter stellten Anträge. Doch die deutsche Rentenversicherung machte es sich einfach, lehnte die meisten Fälle ab, mit abstrusen Begründungen. Nur wer ohne Bewachung und freiwillig im Ghetto gearbeitet hatte, bekam Rente. Und nur wer Barlohn erhalten hatte und nicht etwa Lebensmittel, wurde als Ghettoarbeiter anerkannt. Menschenverachtend, nennt das die Anwältin Simona Reppenhagen. Sie hat tausende Überlebende vertreten in jahrelangen Prozessen. Die Rentenversicherung hat gesetzeswidrige Interpretationen vorgenommen. Sie hat Anforderungen aufgestellt, die die Anspruchsteller nicht erfüllen konnten. Weil wenn sie sie erfüllt haben, wurden gleich sofort neue Anforderungen kreiert, um keinen Anspruch gewähren zu müssen. In Israel treffen wir zwei Überlebende aus dem Ghetto Krakau. Auch Nachum und Eugenia Manor wurde die Rente zunächst verweigert. Er arbeitete im Ghetto als Automechaniker, sie in einer Bürstenfabrik. Nachum Manor konnte sogar beweisen, dass er im Ghetto monatlichen Barlohn bekommen hatte. Er legte eine Bestätigung seines damaligen Arbeitgebers, der Firma Saurer, vor. Trotzdem verweigerte die Rentenversicherung die Zahlung. Das finde ich als ein Skandal, ein wichtiger Skandal, weil ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Und ich habe sogar Beweise. Manors Beweise und die Lebensumstände im Krakauer Ghetto, dafür interessierte sich die Rentenversicherung nicht. Manors Angaben, dass ein Vorarbeiter ihn geschlagen habe, nutzte die Rentenversicherung, um seinen Antrag abzulehnen. Denn damit sei er ein Zwangsarbeiter gewesen, was eine Ghetto-Rente aber ausschließe. Anerkennung historischer Tatsachen und Wiedergutmachung. Darum ging es dem Essener Sozialrichter Jan Robert von Rennesse, der viele abgelehnte Rentenbescheide revidierte. Er gab Gutachten in Auftrag, fuhr selbst nach Israel, hörte die Betroffenen erstmals an. Im Ergebnis haben die Behörden eine Unmenge an Verfahren verschleppt und dadurch die Beweismöglichkeiten der Betroffenen so sehr verschlechtert, dass sie im Ergebnis auch viel Geld eingespart haben durch dieses Spiel auf Zeit. Die deutsche Rentenversicherung weist auch jetzt den Vorwurf der Verzögerung zurück. Sie bestätigt aber, dass sie 33.000 von 88.000 Anträgen auf Ghetto-Rente abgelehnt hat. Der schwer Nierenkranke Michael Emge wurde erst 2010 als Ghetto-Arbeiter anerkannt. Sein Name ist geändert aus Angst vor Anfeindungen. Als Zwölfjähriger arbeitete Emge im Ghetto täglich zwölf Stunden im Straßenbau. Er überlebte die Nazi-Herrschaft in Oskar Schindlers Krakauer Fabrik. Jetzt bekommt er lediglich 167 Euro Ghetto-Rente im Monat. Selbst um diesen kleinen Betrag musste er kämpfen. Ich bekomme Grundsicherungsrente. Da wollten die Ghetto-Rente anrechnen an Grundsicherungsrente. 2009 urteilte das Bundessozialgericht, dass die Kriterien für die Anerkennung von Ghetto-Renten gelockert werden müssen. Ab jetzt galt auch ein Stück Brot als Lohn. Die Ghetto-Arbeiter schöpften Hoffnung. Kurz nach dem Urteil trafen sich Beamte des Wirtschafts- und Sozialministeriums. Die damalige Bundesregierung fürchtete Nachzahlungen von 2 bis 3 Milliarden Euro. Im vertraulichen Protokoll dieser Sitzung heißt es... Minister Steinbrück habe die Weisung gegeben, strikt auf Begrenzung der finanziellen Auswirkungen zu achten. Statt einer großzügigen Regelung pochte die Rentenversicherung auf allgemeine gesetzliche Fristen. Danach dürfte die Rente nur für vier Jahre rückwirkend ausgezahlt werden. Das sparte hunderte Millionen Euro. So wartet Michael Emge immer noch auf eine Rentennachzahlung für acht Jahre. Rund 20.000 Euro weniger, als ihm eigentlich zustehen. Ähnlich ergeht es den Eheleuten Manor. Beide haben das Konzentrationslager überlebt. Eugenia hat ihre Erinnerungen an die Schrecken in Auschwitz künstlerisch verarbeitet. Er bekommt 371, sie 238 Euro monatliche Ghetto-Rente. Auch sie müssen bislang auf rund 20.000 Euro verzichten. Erst im Mai 2014 schlägt die Bundesregierung eine Gesetzesänderung vor. Jetzt sollen nachträglich höhere Ghetto-Renten gezahlt werden, doch nicht an alle Überlebenden. Denn ein deutsch-polnisches Rentenabkommen von 1975 verbietet die Auszahlung an polnische Ghetto-Arbeiter, behauptet die Bundesregierung. Es ist zynisch und beschämend, dass die Neuregelung die jüdischen Ghetto-Arbeiter aus Polen ausschließt. Wir fragen die Bundesregierung, ob sie sich für die polnischen Ghetto-Arbeiter einsetzen will. Hier gab es Ende April zwischen dem BMAS und dem polnischen Arbeitsministerium erste Gespräche, um auszuloten, inwieweit von diesem Abkommen von 1975 Renten nach Polen gezahlt werden können. Da gab es jetzt auch noch keine Einigung. Keine Einigung. Den polnischen Überlebenden wie Tomasz Mierdzinski läuft die Zeit davon. Nur 150 ehemalige polnische Ghetto-Arbeiter leben noch. Wahrscheinlich ist es so, dass die deutsche Seite wartet darauf, dass wir alle, die noch überlebt sind, die 150, 140, hier an diesem Friedhof uns befinden werden. Das ist demütigend. Fast 70 Jahre nach Kriegsende müssen die Opfer der Nazis immer noch kämpfen für die Anerkennung ihrer Arbeit im Ghetto. Politik und Rentenkassen können auch anders. Schon in den 50er Jahren beschloss die Bundesrepublik volle Rentenbezüge für SS-Angehörige. Egal, was die Täter in der Vergangenheit verantwortet haben. Ihre Rente war und ist sicher. Die Täter in der Vergangenheit verantwortet haben.